Mama, was ist los? Hat der Papa deinen Geburtstag vergessen? Ich glaube schon. Typisch, Papa. Ich hab deinen Geburtstag vergessen. Und wo ist das Geschenk? Hier. Oh, schön. Nein, was passt, du hast doch mich. Ich bin dein Geschenk. Oh, schön. Mama, ich hoffe, du hast einen Katzenzettel noch, damit du dein Geschenk umtauschen kannst. Mit dem Geschenk kann man gar nichts anfangen.